Hi, heute geht es in diesem Video um den Dienst ManyChat und um die Grundlagen und was du damit letztendlich machen kannst. Ich habe im Video davor quasi, habe ich schon so ein bisschen erklärt, was das Ganze kostet und was es ungefähr kann und so einen ganzen groben Überblick gegeben. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, kannst du dir das gerne noch einmal ansehen. Aber heute will ich jetzt so ein bisschen in diesem Video zeigen, wie du deine Fanpage mit diesem Dienst entsprechend verbindest. Damit du einen Chatbot aufbauen kannst, starten kannst, einen Kunden bringen kannst. Darum soll es heute in diesem Video gehen. Mein Name ist Damian Gottskula und natürlich freue ich mich über ein Abo, wenn es dir gefallen hat. Aber lass uns mit der Sache, mit dem Dienst ManyChat beginnen und hier auf den PC schalten. So, da bin ich jetzt und ich habe jetzt hier einmal das Dashboard. Das hatte ich ja schon im letzten Video, wie gesagt, einmal erklärt, nur gar mal ganz kurz. Dashboard, die Audience, also meine Abonnenten, meine Wachstumstools. Also das heißt, ich muss irgendwie Kundschaft oder Abonnenten in meinen Chatbot reinkriegen. Das sind extra hier für die ganzen Tools gemacht. Live Chat, damit kann ich mit meinen Abonnenten quasi selber kommunizieren, falls der Chatbot nicht weiterkommt. Broadcast, also quasi Nachrichten oder weniger so eine Art Newsletter für den Bot. Automation, Ads, Automation, da gehen wir später nochmal im Detail darauf ein. Damit da erstelle ich die ganzen Nachrichten, Flows etc. Ads, Facebook-Nachrichten und, also Facebook-Werbung. Das heißt, damit kann ich hier aus dem Dienst ManyChat heraus anzeigen, Facebook-Anzeigen erstellen. und die dann Abonnenten dadurch gewinnen. Einstellung ist klar. Was ist, da verbergen sich ganz viele interessante Sachen. Und dann kommen noch Templates. Das heißt, da sind so vorgefertigte Chatbots quasi oder so Templates-Vorlagen, mit denen du sowas aufbauen kannst. So, das erstmal aber ganz kurz. Ich habe jetzt hier schon ein, wie gesagt, bei mir ist das die Version Pro, die kostet 10 Euro im Monat. Das hatte ich, wie gesagt, auch erwähnt. Und dann das andere ist, es gibt einen Free-Account und ich will jetzt einen neuen Account, mal eine neue Fanpage hier mit dem Dienst ManyChat verbinden. Und dazu gehe ich auf Create a New Account. So, und um einen neuen Account zu erstellen, wie gesagt, habe ich jetzt einmal hier drauf und hier habe ich jetzt alle meine Fanpages quasi, die ich aktuell so mit meinem Account verbunden habe, also an meinem Profil quasi hängen. Die werden hier alle aufgelistet. Und ich habe hier eine neue Fanpage erstellt, um einfach mal zu testen, um das hier zeigen zu können. Und zwar die Fanpage bootacademy.net oder bootacademy.net. Das heißt, das ist dieser Chatbot bzw. die Fanpage, mit der ich jetzt das verbinden will. Und in dem im Namen dieser Fanpage Bootacademy wird jetzt der Chatbot ManyChat später antworten und mit meinen Kunden oder mit meinen Fans kommunizieren. Dafür muss ich einmal hier auf Connect klicken. So, einmal Connect geklickt. So, dann wird das Ganze hier verbunden, gesucht, geguckt. So, es ist eigentlich schon fast das Ganze passiert. Jetzt muss ich nur noch hier so drei Fragen beantworten. Und die erste Frage ist, will ich das jetzt hier wirklich für mein Business nutzen oder will ich hier noch so ein bisschen nur rumtesten, rumspielen? Ich sage, jo, ich will das für mein Business hier nutzen. Dann, was will ich im Prinzip nutzen? Ich will hier einmal natürlich vorrangig Facebook Messenger nutzen und vielleicht E-Mail. Und dann muss ich noch hier ankreuzen, zu guter Letzt, ob ich das im Namen eines Kunden oder für einen Kunden hier den Chatbot einstelle oder nicht. Das ist nicht der Fall. So, sondern ich will es selber nutzen. Also klicke ich hier auf Continue. So, und das Ganze ist passiert. Das war es schon. Das heißt, ab jetzt ist dein Chatbot quasi aktiv. Du bist damit verbunden und es läuft. Du kannst es komplett nutzen. Ab sofort wirst du hier sehen, Subscribers, quasi deine Abonnenten. Und hier siehst du dann, wie viele du dann hast. Und dann ist das schön, hier so mit Diagramm entsprechend dargestellt, wie viele Abonnenten du letztendlich dann auch hast. Es ist immer schön, wenn es wächst, wenn es mehr sein werden. Hier ist es die aktiven Abonnenten. Hier ist es aus welchen Sprachen. Hier ist das Geschlecht dann entsprechend im Diagramm aufgeschlüsselt. Und dann kannst du hier so ein bisschen auswerten. Aber wie gesagt, jetzt siehst du hier dieses kleine Free. Das heißt, das ist ein Free Account. Und der, in Anführungsstrichen, der Nachteil, ich darf da drüber kein, in Anführungsstrichen, kein Geld verdienen. Das heißt, dieser Bezahl-Button-Schaltfläche ist aktuell in diesem Free Account nicht verfügbar. Aber wie gesagt, der kostenpflichtige kostet irgendwie 10 Euro, kostet das Ganze. Und dann kannst du es auch entsprechend nutzen. Dann haben wir hier die Abonnenten. Da wird die Liste hier hoffentlich demnächst sehr, sehr umfangreich wachsen. Und dann siehst du hier die Details zu deinen Abonnenten, zu deinen Kunden. Wachstumstools. Und da wirst du letztendlich deine Kunden, deine Tools erstellen, die du dann auf deine Webseite einbinden kannst, in Social Media, irgendwie Links in Kommentare packen kannst, auf Facebook, auf die Leute klicken können, damit sie in dein Chatbot kommen und damit entsprechend kommunizieren können. Also hier sind alles Möglichkeiten drin, die du nutzen kannst, um deine Kunden irgendwo von woanders her in dein Chatbot zu locken. Da kannst du auch einen QR-Code generieren. Ich sage mal, wenn du in der Gastronomie, wenn du irgendwo Kunden hast, dann kannst du QR-Code generieren, den Ausdrucken auf den Tisch quasi kleben, legen und die Leute können den QR-Code scannen und aktivieren automatisch oder landen in deinem Chatbot und können damit anfangen zu kommunizieren. Sei es irgendwie, wie gesagt, das Beispiel aus dem letzten Video, den WLAN-Code quasi bestellen oder irgendwelche Bonuspunkte oder sich einloggen, dadurch Bonuspunkte generieren, vielleicht automatisch irgendwie einen Kaffee bekommen etc. Also sei es, die könnten theoretisch, bevor die Bedienung etc. am Tisch ist und mit denen spricht, könnten die schon mit deinem Chatbot interagieren und irgendwelche Goodies oder sonst was bekommen und schon beschäftigt sein entsprechend. Dann hier Live-Chat, das ist das, wenn dein Chatbot irgendwann mal nicht mehr weiterkommt, nicht mehr antworten kann oder der Kunde persönlich mit jemandem sprechen will oder der Abonnent, dann würde es dieser Live-Chat hier greifen und dann könntest du direkt mit deinen Kunden quasi kommunizieren und dann antworten. Broadcast, das ist quasi eine Art Newsletter, der dann an all deine Abonnenten quasi rausgeschickt werden kann, die das auf einmal erhalten. Automation, das ist jetzt hier der spannendste Teil in diesem ganzen Prozess hier. Damit erstellst du hier die Flows, das heißt, das sind so quasi die Unterhaltungen, die du dann mit dem Kunden führst. Das heißt, damit kannst du den begrüßen und sagen, was hättest du denn gerne und dann kannst du Schaltflächen platzieren, auf die der Kunde dann klickt und antworten kann. Darauf reagierst du dann wieder und so weiter. Das heißt, das ist, da hier entstehen sozusagen die Unterhaltungen, die du mit deinem Kunden über diesen Chatbot sozusagen führst. Keywords, das sind Keywords, das ist das, was der Benutzer in diesen Chatbot sozusagen eingibt. Das heißt, wenn der in den Messenger reingeht und gibt ein irgendwie Gutschein, Bonus, WLAN-Code etc., dann würde ein bestimmter Prozess wiederum dadurch ausgelöst werden, eine Unterhaltung, eine Funktion ausgelöst werden. Zum Beispiel, wenn derjenige WLAN-Code eingibt, dann wird ein Flow gestartet, der dem Kunden diesen WLAN-Code entsprechend zuschickt, rausgibt etc. Das heißt, hier reagiert der Bot, definierst du, auf welche Begrifflichkeiten der Bot entsprechend reagieren soll. Sequenzen, das ist dafür gedacht, ich habe zum Beispiel einen Tastatur-Coach, den ich über so einen Chatbot hier mache und hier kannst du so eine Sequenz erstellen und sagen, so, wenn der Kunde sich in den Chatbot registriert, dann soll er sofort eine Nachricht bekommen, dann soll er irgendwie einen Tag später die Nachricht bekommen, wiederum einen Tag später das, dann zehn Stunden später dies oder eine Stunde, zehn Minuten später wiederum eine Nachricht und so weiter. Das heißt, du kannst diesen, ich sage mal, diesen Kunden hier oder den Abonnenten mehrere Tage, Wochen, wie auch immer, in diesem Prozess drin behalten und immer und immer und immer konsequent wieder mit ihm kommunizieren und das entsprechend machen. Also in meinem Tastatur-Coach bleiben die, bleiben die tatsächlich, die Abonnenten über Wochen drin und bekommen täglich Kleinigkeiten, Tipps etc. und das mache ich alles hier drüber. Dann Regeln sind, die kannst du ja auch definieren, dann kannst du sagen, wenn irgendein Ereignis eingetreten ist, dann soll dieser und dieser Flow oder diese und diese Sequenz gestartet werden, dann soll der Kunde irgendwo eingebunden oder der Abonnent irgendwo eingebunden werden etc. Das heißt, du erstellst Regeln, so nach dem Motto, wenn das passiert, dann mach bitte dies und so weiter. Also solche Sachen sind hier mit machbar. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt Ads und Ads sind hier, das sind hier quasi Möglichkeit, Anzeigen zu erstellen für Facebook. Das heißt, du musst nicht mal dich mit Facebook auscannen, du musst da dich nicht einloggen, sondern das Ganze kannst du hier einmal starten quasi und dann hier aus ManyChat heraus Anzeigen für Facebook gestalten und dann auch entsprechend dort hochladen, starten und so neue Abonnenten für deinen Chatbot generieren und so quasi neue gewinnen und das hier aus dem Dienst heraus. Bei Settings ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, die Sachen, die du hier quasi vorgeben kannst. Du siehst hier mit irgendwelchen Live Chats die Wachstumstools hier nochmal, Benachrichtigungen, benutzerdefinierte Felder, die du hier erstellen kannst, Tags definieren kannst. Hier Payments, das heißt, du kannst hier PayPal oder entsprechend Stripe hier den Dienstanbieter mit ManyChat verbinden. Integrations, das heißt hier, welche Dienste werden hier mit angebunden. Messenger, SMS, E-Mail, Rechnung per API kannst du noch weitere API generieren, also einen Schlüssel generieren, mit dem du wieder mit anderen Diensten entsprechend kommunizieren könntest. Templates, Logs und hier auch, das ist zu guter Letzt, natürlich auch hier ein Pixel, das ist nur für die Pro-Accounts, aber hier mit einem Pixel könntest du quasi wiederum diesen Pixel wie Facebook-Pixel etc. auf deine Webseite einbinden und da wieder merken, ach, der Kunde hat geklickt und so weiter. Also das heißt, du kannst noch mehr Auswertungen fahren über diesen Dienst entsprechend. Dann hast du zum Schluss dann natürlich Templates, das sind so vorgefertigte Vorlagen und mein Profil. Damit kannst du dann alles Mögliche, so Grumpeinstellungen dann sehen aus deinem Account entsprechend. So, und so schnell ging das jetzt. Ich habe jetzt im Prinzip mit, das war jetzt relativ viel erklärt, aber es waren ja drei, vier Klicks, mit denen ich dann meine Fanpage quasi mit ManyChat, also mit diesem Dienst hier verbunden habe und dann ab da kann ich sofort quasi ein Chatbot, eine Interaktion, einen Chatbot erstellen und mit meinen Kunden anfangen zu interagieren. Das heißt, es braucht gar nicht so viel. Bis jetzt war das Ganze kostenlos, der Account, und es ging super schnell. Du brauchst eine Fanpage und wenn nicht, dann kannst du sogar aus ManyChat heraus einen Klick auf eine Schaltfläche klicken und dann erstellst du eine Fanpage und die verbindest du dann hier mit ManyChat und schon funktioniert die ganze Kiste. Das heißt, super einfach, super simple. Es gibt keine Ausrede, es nicht zu tun. Von daher, im nächsten Video zeige ich dir dann so ein bisschen, wie du schon einen, ich sage mal, einen ersten Flow quasi erstellst, wie du eine erste Unterhaltung mit deinen Kunden beginnst. Das aber, wie gesagt, im nächsten Video kannst du gleich weiterschalten zum nächsten und da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Aber erstmal, soweit soll es gewesen sein und bis zum nächsten Video. Bis gleich. Tschö! Tschö! Tschö!